Eins, zwei, drei. Deinem D-Zug schon davon geweht. Wenn einer fortfährt, steht man zwischen Zügen. Und drin sitzt der, um den sich alles dreht. Man könnte dieses alles anders fügen. Durch einen Blick, ein Wort vielleicht zu spät. Wenn einer fortfährt, geht das Herz auf Reisen. Und treibt sich irgendwo alleine rum. Es ist schon manchmal schwer, nicht zu entgleisen. Die klügste Art zu reden, bleibt doch stumm. Wenn einer fortgeht, kann man nichts vergessen. Und jeder Tag ist ein Erinnerungsblatt. Wenn einer fortgeht, braucht man nichts zu essen. Man wird so leicht von Tränen schlucken sein. Wenn einer fort ist, gibt es Ansichtskarten. Und ab und zu mal einen dicken Brief. Ein schweres Verbum ist das Wörtchen warten. Und lebe wohl, ein Schlussimperativ. Absicht von Tränenилась wird. In den Brief. Amen.